Du kennst das bestimmt, wenn du erkältet bist. Deine Nase ist ganz dicht und du musst immer wieder deine Nase putzen. Damit du schnell wieder gesund wirst, kann dir die Emsa Kinder-Nasendusche Nasanita helfen. Und so funktioniert es. Deine Mutter dreht den Deckel auf, klappt das Nasenstück aus und spült die Emsa Kinder-Nasendusche Nasanita gründlich mit warmem Wasser aus. Dann befüllt sie die Kinder-Nasendusche mit warmem Wasser. Das Wasser sollte genau bis zur Markierung reichen. Dann wird der Inhalt eines Emsa Salzbeutels in das Wasser geschüttet. Und nun leg deine Mutter einen Finger auf das kleine Loch im Deckel und schüttelt deine Emsa Kinder-Nasendusche Nasanita so lange, bis sich das ganze Salz vollständig aufgelöst hat. Jetzt kann es auch schon losgehen. Deine Mutter klappt das Nasenansatzstück hoch. Jetzt wird das Nasenansatzstück an eins deiner Nasenlöcher gehalten. Sobald deine Mutter den Finger vom Loch runter nimmt, beginnt die Spüllösung in deine Nase zu laufen. Nicht erschrecken, anfangs kitzelt es lustig in deiner Nase. Denn das ist wie ein kleiner Zaubertrick. In das eine Nasenloch läuft das Wasser hinein und aus dem anderen läuft es wieder heraus. Somit reinigst du deine Nase und wirst deine Erkältung ganz schnell und ganz einfach wieder los. Und das Beste, es tut überhaupt nicht weh. Jedes Mal, wenn du die Nase gespült hast, kannst du einen kleinen Smiley in deinen Spülplan eintragen. Jetzt weißt du ganz genau, wie deine Emsa Kinder-Nasendusche Nasanita funktioniert. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit deiner Emsa Kinder-Nasendusche Nasanita. Vielen Dank.